Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Fütter die Bestie mit dem Loxion und der Soda und meiner Klitzekleinigkeit. Ja, wir brauchen immer noch Quertus. Nein, Zertus. Das habe ich im Industrial Craft schon falsch gesagt. Aber das ist Quertus, also das Zertus-Quarz. Moment, Spinne. Das ist die neue Abkürzung, wir brauchen Quertus, das ist so ein Zertus-Quarz. Das ist unbedingt, stimmt, ich brauche nämlich für Speicher. Ich grüße dich. Dann bin ich... Da hinten blitzt es schon wieder. Ach, stimmt, wir haben ein Wubinchen. Dann wohl hier. Ach stimmt, da hinten hast du neue Dinge aufgestellt. Richtig. Die hat keine Flowers. Wow. Aber ich weiß nicht, welche von denen hier jetzt wohl... Ich nehme mal alle raus und muss sie alle analysieren. Viel Spaß. Ja, naja, ich meine, Honig... Ja, okay, dann bin ich mal... Dann zurecht... Dann gehe ich meinen, oder wie? Ja, ich komme mal mit. Meine Lieblingswelt. Wir brauchen Quertus. Meine Lieblingswelt, was ist das eigentlich? Das waren die Tendrils, das ist der Nähte. Der Blaugras. Und jetzt nehme ich auch noch die Coms mit. Das waren... Das waren rechts oben. Was hier so raschelt, sind meine Armbände. Das ist nicht der... Der Netter? Ach so, okay. Blazes for the win. Äh, ach so, verdammt. Das war ja das falsche Block. Aber sie produzieren halt viel mehr Coms. Und genau das war eigentlich ja mein Ziel, dass wir ein bisschen mehr Honey haben. Honey, honey, honey. Genau, daran musste ich auch grad denken. Boah, what the fuck? Na, Jared, alles knuschbar? Alles knuschbar? Alles knuschbar. Doch, ich bin mal so frei und mach ein neues Buch. Und ich nehme aber ein Linking-Pud mit. Ach, wieso denn? Wieso? Wieso? Äh, wie, warte mal, wie konnte man die nochmal umbenonnen? Hier konnte man die umbenonnen, ja? Benonnen? Ähm, ja, da kann man's umbenonnen. So. Ach stimmt, hier war ein bisschen Appetite, ich erinnere mich. Das lasse ich hier liegen. Oh. Wow. So, und ein Linking-Book, brauche ich Leder für, gell? Alter. Ah, nee, warte mal, ich hab ja mein Ding dabei. Es ist, ähm, taktisch blöd. Ich glaube, ich muss jetzt niesen. Wer hat sein Ding dabei, sagte er? Ich hab mein Ding dabei. Uh, äh, äh, Eisen. So, warte mal. Musst du mal wieder sortieren? Wie hab ich das denn immer gehabt? Ach, warte mal. Hä, was hab ich denn jetzt für ein Lack? Ich hab mir das nicht anzeigen lassen, warum nicht? Huch. Ich hab das anzeigen lassen. Das geht's nicht, das geht nicht. Ja, ich frag mich, warte mal, das fehlt, oder? Du brauchst ein Link-Panel und ein Leder. Ja, schon, aber, äh... Das Rezept geht halt nicht. Mensch. Schottet. Schottet. Weil... Nicht geht. So. Weil... Ich muss jetzt mir die Bühnchen anzeigen lassen. You know, weil nicht geht, Alter. Weil ist so. Kein Effekt. Auch kein inaktiver. Kein Effekt, auch kein inaktiver. Oh, du bist ja nun ne Drohne. Kein Effekt, kein... Achso, ne. Doch nicht. So, äh, ich hab Angst. Kein Effekt. Ich hab Angst. Blox hat Angst. Meldung des Tages. Ui, gelbe Sterne. Ich seh schon... Hä? Wow. Pinguine! Äh, Lack? Ja, das ist im... Was ist denn hier kaputt? Machst du gerade die Welt, oder? Immer wenn er eine Welt erstellt. Was sagt es da? Redstone braucht die, ach, deswegen. Aber nein, sie ist auch... Nicht beblitzt. Jetzt da. Okay. Ich brauch eine Redstone-Facke. Darf ich mich jetzt wieder... Ich will... Ich will... Ich will hier raus. Jetzt da. Niemals! You shall not raus. Hallo? Lol. Also, hallo? Hallo? Hier ist die unsichtbare Wand. Das sieht mir auch anders aus, by the way. You shall not... Aber jetzt wirklich, hallo? Hallo? Ich mag hier durch. Da, nein, doch. Jetzt lass mich... Hallo? Der Racken hat wohl Probleme. So. Leichte, ich hab hier Legstep. No, 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 Legstep. Wir haben nicht mal Sticks? Wo soll denn das? Alter. Ui, grunter Baum. Nö. Nö. Ich komm hier nicht durch. Scheiße. Und aber keine Mobs. Und aber keine Mobs. Und aber keine Mobs. Aber ganz viele Pinguine. Ich hab Quertus... Quertus. Quertus? Quertus gefunden. Ist jetzt wurscht, ich nenne es jetzt Quertus. Halt, Moment. Ich müsste eigentlich mit dem hier machen. Ah, doch. Jetzt spawnen Mobs. Sieben Quarz. Fünf das zurzeit. So. Ich brauch... Attacke von oben. Ich weiß, wir brauchen mehr, aber... Ich glaub, ich brauch... Ja, ich glaub, ich brauch ein bisschen mehr nach. Vor allem, ich hab auch noch einen Plan mit dem... Äh, mit Apple in der Gistings. Nachdem ich es ja jetzt selber verwende. Ja, dann musst du aber warten, weil ich muss erstmal einen Speicher machen. Stimmt, ich hab die ersten Folgen vom Wochenende noch gar nicht geguckt. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ich brauch erstmal Quertus. Jetzt, das gibt's doch nicht. Ich komm hier nicht durch. Was hast du denn... Ich komm hier nicht durch. Ich komm hier nicht durch. Was hast du denn für, für, für Pläne bei dir? Oh, große Pläne. Was hast du denn zu spoilern? Spoilern? Ihr wird nicht gespoilert. Wird nicht gespoilert. Spoiler doch mal ein bisschen. Sonst spoiler ich dich gleich. Und sag dir, wie Breaking Bad endet. Hörst du auf? Ja, also. Hörst du auf? Hörst du auf? Ich muss das auch noch spoilern. Gott, Sneak Peek. Äh, sag mal so, ich will eigentlich alles automatisieren mit dem ME-System. Du weißt schon, aber das kostet Unmengen Anströmen. Auch das Crafting, oder was? Oh, Kabel. Ja, alles. Einfach alles. Nee, das Crafting-System backt aber. Bös. Ja, das Problem ist, wenn du solche Sachen, zum Beispiel, ähm, Scrap-Herstellung. Äh, nee, Quatsch. Äh, wenn du jetzt sagst, du möchtest zum Beispiel aus, ähm, Wood-Scrap-Moxen machen. Boxen. Wenn du aus Wooden-Planks, äh, äh, zum Beispiel, oh, Obsidian-Teil? Das ist aber neu. Nein. Auch so eins. Ja. So eins haben wir noch nie gesehen. Äh, wenn du aus Wooden-Planks, zum Beispiel, Slaps machen willst. Das ist ja ein Vorgang, dass... Ich hab dich gefunden. ...der, wenn du, ähm, Material hast, immer wieder läuft. Die ganze Zeit. Und wenn du dann aber was anderes haben willst, dann, äh, backt es manchmal. Weil, weil er macht ja erst das fertig, was, was er machen kann, wenn's automatisiert ist. Mhm. Mhm, 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 mhm. Gut, Alter, ist schon wieder so ein Ding. Ich weiß ja gar nicht, wie ich's machen würde, also von dem her. Ja, komisch wahrscheinlich. Ich, 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 es gibt nicht viele, ups, Möglichkeiten. Es gibt nicht viele Möglichkeiten. Na, was ich halt haben will, ist halt, dass es automatisch, ähm, massakriert wird, die Erze, und dann später verbrannt, damit ich halt direkt die Barren krieg, ohne dass ich irgendwas tun muss. Also sprich, Erz ins, äh, im E-System schmeißen und dann wird automatisch dann, äh, Barren gemacht. Im Endeffekt. Also, natürlich über Umwege, aber, ja, im Prinzip. Wo bist du denn jetzt? Und unter anderem, sag ich jetzt mal. Also. Huch. Komm noch. Inactive heißt aber, dass der Effekt natürlich nicht, äh, auftritt, oder? Also der Effekt ist da, aber es halt wird halt nicht verwendet, grad. Gut. Würde ich mal so sagen. Weil ich hab noch ein Inactive Poison, aber. Ja. Da kann sich halt weitervererben und zum Active führen, also. Äh, im Beehaus ist eigentlich nicht. Achso. Ja, da wird, äh, ja, keine Ahnung. I, I don't know. Da wird keine Ahnung, you don't know, okay. Weise, ich brauch mehr Honey. Hallo, Creepy. So. Komm, wir jetzt. Oh, wir haben jetzt zwei Kapsules. Gut. Sehr schön. Warte, bitte. Genau, hilf mir mal, Creepy. So. Das hilft mir mal, Creepy. Ja. Creeper sind echt, eigentlich sind die, die sind total missverantwortlich. Verstandene Wesen. Oh Gott, jetzt geht's los. Ja. Die wollen eigentlich nur geknuddelt werden. Die wollen nur es lieben. Scheiße. Liebe und Zärtlichkeit. Sollten wir vielleicht erstmal einen Raypoint machen? Richtig. Ihr müsst, oder ich selber muss unbedingt mal meinen Comic einblenden. Von wegen Knuddeln und so. Oder ich muss ihn nochmal neu zeichnen. Ja, ich hab ihn nicht mehr gefunden. Ich wollte ihn letztes Mal einblenden. Hallo, du hast ihn auf Facebook. Stimmt. Harry hat ihn auf Facebook. Stimmt. Daran hab ich ja gar nicht mehr gedacht. Verdammt, da hab ich ihn ja noch. Gott. Ja, geschehen. Danke. Mensch. Und ich war voll in Panik, weil ich den nicht mehr hatte. Wow, 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 wow. Hallo. Stimmt. Facebook, FTV. Äh, es ist Nacht. Ist irgendwer hier mit mir in der Welt? Nö. Bin nicht da. Ich bin auch nicht da. Boah, stummfrei. Ich mach mich jetzt so breit über alle drei Betten. Scheiße, doch nicht. Über alle drei Betten. Pinguine. Hä, ist da immer noch was? Na, du. Na, da. Du. Pinguini, das nennt mich ja ein anderes Spiel, das wir mal let's playen wollten. Gibt's immer noch kein Update. Ich weiß. Da warten wir drauf, ja. Deswegen kam ja die ganze Woche bei mir noch kein Indie-Spiel. Ja, ja. Ey, bei mir kam nur nichts, weil, äh, Moment krank. Bei dir kam doch wenigstens Prison Architect. Ja, aber, äh, das war das, was ich voraufgenommen habe. Ach so, wegen Blitzbienchen. Ich habe zwei, zwei Folgen habe ich, äh, und zwei Folgen habe ich die User betrogen. Puh, wie kannst du nur? Aber ich gelobe Besserung, sobald ich, äh, ja, nicht mehr so. Ich gelobe Besserung. Ich gelobe Besserung. Feierlich, ja? Feierlich, genau. Mit Eid. Mit Eid. Das ist irgendwie komisch hier, ich weiß auch nicht. Muss man da lachen? Okay, der war flach. Der war so flach, dass ich den Boden durchschlagen. So, ähm. Also diese Obsidian-Dinger, die haben nichts zu bedeuten, oder? Was bitte? Nein, hat nichts zu bedeuten. Weil sie vor allem so dick sind. Hat nichts zu bedeuten, kannst du einfach. Äh, da ist eine Schlucht im Wasser. Flowers, flowers, flowers. Gold? Oh, vielleicht jetzt nicht schon so tief. Ich hab selbst ein Quertus. Ich kürze es jetzt ab mit Quertus. Damit ich weiß, jeder weiß, was damit gemeint ist. Tertus, äh, Quertus, das neue Tertus. Abkürzen sind wir noch dafür da, dass jeder weiß, was gemeint ist, obwohl es nicht gesagt wurde, was eigentlich, äh, also ihr wisst schon. Wie es eigentlich heißt. Ja, ja, also passt doch. Quertus habe ich. So. Also die machen mich nervös, die Dinger, ganz ehrlich. Ich brauch noch ein neues Bienchen. Vor allem, weil so viele hier sind. Du bist mein Redstone. Du bist mein Redstone. Du bist mein Redstone. Nein! Ja, ich hab hier eine Redstone-Bienchen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So. Oh. Geht weg, geht weg. Ich brauch noch eine neue Princess. Weil Lightning musste ich ja aussortieren. Komm, Creepy, hilf mir mal kurz. Eigentlich können wir diese ME-Chest hier oben auch auflösen. Vor allem, da sie eh komisch blinkt. Kann mir mal jemand mein Jetpack aufladen? Ich nicht. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? So, dann scheint auch nicht. Nö, kann nicht. Ich hab ein Bienensystem, glaub ich, gefunden. Laut Karte. Ich brauch eine Princess. Das war etwas zügig von mir. Äh, da muss ich halt zurück schwimmen. Einfach schwimmen. Mit Schwimmen, schwimmen. Wer mich so lange sitzen lässt. Ich hab dich sitzen lassen. Ich hab auch ewig nach meinem Jetpack b-b-batteln müssen. B-b-batteln? B-b-batteln, ja. Alter, ich hab ich ja schon. Battlepack. Ouh. Beirut. Oh Gott. Battlepack. Power. Zu dir richtig squimmeln. Ich will mehr. Ich will mehr. So. Hab ich schon gesagt. Ich will mehr. zack zack ich könnte eigentlich einfach alles hier wegschmeißen einfach alles einfach alles einfach alles und ganz viele blobs ich belasse jetzt einfach kurzes system rocks ich bin tatsächlich schon so tief das schön bunt hier jetzt braucht wir auch oder reicht er dir reicht er dir reicht er dir genau genug habt ihr eigentlich noch so ein buch mit luft aufhelmen ich glaube nicht wir hatten drei also müsste noch einer da sein wir hatten drei ich habe doch etwas zwei ich war doch unterwegs ich habe eine menge gefunden das unterwegs ist das wissen wir ich habe hier ein high five ja respiration 3 ist noch vorhanden ich bin gleich da wieder aufpassen dass ich nicht gleich das pfeifen anfangen pfeifen mein lieblings song läuft oh honig ich gebe mich fertig oh lapis das hatten wir auch schon lange nicht mehr 53 stück mit mir geht es immer weiter abwärts das ist ja nicht anders zu erwarten ja so wie sie das gesagt ja so wie sie das gesagt pfeifen 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 oh gottes dann habe ich jetzt an gestern abend t t t t t pfeifen wie habe ich das gemacht ich weiß es nicht mehr war ich höchst empört pfeifen 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 keine ahnung so ja das auch erzählt warum das können wir in der nächsten folge machen wir sind jetzt bei 15 minuten ähm ich bring mich kurz irgendwo rein futter mir was hallo was wir sind schon bei 15 minuten ja sowas geht schnell jo ok also dann bis zum nächsten mal oder richtig ja bis gleich später morgen tschö 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 tschö